Guten Tag, mein Name ist Arnulf Koch. Ich bin Gründer und Vorstand der K&K Software G. Im letzten Jahr habe ich sehr viele Vorträge über KI gehalten. Einer der ersten Vorträge, der dann im Frühjahr 2023 nach der Veröffentlichung der ChatGPT-API aktuell war und der immer wieder gutes Feedback gebracht hat, war das Thema Einsatz von KI in der Praxis. Wie binde ich die API von den KI-System insbesondere von ChatGPT an und was muss ich dabei in der Praxis beachten? Was waren unsere Erfahrungen? Der Vortrag ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, weil inzwischen ist das, was wir damals vor einem Jahr gemacht haben, in sehr vielen anderen Produkten auch aufgetaucht, weil es sind naheliegende Anwendungsfälle, aber es zeigt natürlich, wie man es technisch macht. Also es ist wirklich in vielen Bereichen ein technischer Vortrag, aber natürlich in der Praxis auch, was haben wir unsere Erfahrungen bei den Kosten, was waren unsere Erfahrungen beim Prompt Engineering und ähnliches. Dieses Jahr gibt es wieder ganz viele KI-Vorträge von mir. Das ist einfach eines der wichtigsten Themen, was in der digitalen Transformation heute aktuell ist und wo alle Unternehmen große Skalenvorteile sich nutzen können, große Effizienzsteigerungen machen können, indem man einfach diese dann doch relativ günstige externe Assistenz in seine Anwendungen, seine Workflows und Prozesse einbauen kann und so einfach besser werden kann. Und deswegen werde ich den Vortrag vom letzten Jahr jetzt noch einmal das Video einsprechen, dass man ihnen dann auch quasi auf YouTube nachhören kann und ist vielleicht eine gute Basis, wenn Sie sich noch nie mit KI-Anbindungen Ihrer eigenen Tools beschäftigt haben, dass man so einen Überblick bekommt. Ein bisschen technisch, aber geht es auch nicht absolut in die Tiefe rein. Ja, Sie können einfach den Kapitelmarken ein bisschen vorspringen und sich das anschauen. Dann starten wir mal rein. Die Kurzvorstellung am Anfang überspringe ich. Da verlinken wir stattdessen in unserem Video ein anderes Video, bei dem ich das separat mache und dann zeige ich einfach, wie wir das bei uns im Unternehmen einsetzen, JetGPT. Wir haben quasi zwei verschiedene Varianten gemacht. Wir haben einmal ein Drittanbietertool genommen, was das Prompt Engineering übernimmt und wir haben es einmal selber gemacht. Im zweiten Thema ist das vielleicht ein etwas spannenderer Fall und dann werde ich am Schluss ganz viele Praxisthemen ansprechen. Und dann starten wir den Vortrag rein. Unser allererstes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist einfach im Marketing. Das ist das Spannende an dieser generativen KI, dass sie auf einmal jetzt nicht, sage ich mal, einfache repetitive Tätigkeiten ersetzt, wie jetzt zum Beispiel ein Roboter in einer Fabrik, sondern tatsächlich wird die Wissensarbeit angegriffen oder transformiert durch die ganzen KI-Systeme. Also jetzt wirklich im Bereich Marketing, im Bereich Journalismus, im Bereich Jura, im Bereich Programmierung. Also alles das, was eigentlich so die Königsdisziplin und auch sehr gut bezahlte Jobs waren. Die kann auf einmal eine KI sehr gut machen. Und deswegen war der erste Einsatz, den wir bei uns gemacht haben, dass wir tatsächlich Marketing-Texte, Blog-Posts, wir machen sehr viel SEO oder nicht SEO-Marketing, sondern Content-Marketing, aber es soll sowohl für SEO, also Suchmaschinenoptimierung gut ranken, aber auch für die Menschen gut sein. Und da investieren wir sehr, sehr viel Zeit rein, sehr viele Ressourcen in unserem Unternehmen. Wenn Sie nach ERP Next mit irgendeinem Stichwort suchen, dann finden Sie eigentlich immer unsere Webseite vor allen anderen Unternehmen, die auch was Ähnliches machen, Dienstleistungen zu Deutschland anbieten, weil wir einfach ja regelmäßig neuen Content dazu liefern. Und dann sehen die Suchmaschinen, dass wir da relevant sind und auch die Menschen sehen, wir haben ja da Erfahrung da drin. Und das ist dann auch gleich eine Besonderheit natürlich. Ich darf die KI meine Texte nicht schreiben lassen, ich darf wirklich nur helfen lassen dabei, dass nicht das Individuelle vom Unternehmen verloren geht. Aber erst mal unser Tool, Website-Check, was wir da nutzen, da geht es darum, dass wir die Themen monitoren, um die wir uns kümmern wollen, also Keywords monitoren. Keywords ist aber nicht immer nur ein einzelnes Keyword, sondern es ist ein Cluster von Keywords. Dann natürlich haben immer alle Artikel irgendwie den Sinn, dass sie eine Frage beantworten. Irgendjemand sucht etwas bei Google oder in einer anderen Suchmaschine oder einem sozialen Netzwerk, hat eine Frage und diese Frage wollen wir aufgreifen und beantworten. Das heißt, es geht auch darum, Fragen zu sammeln und zu beantworten. Und was jetzt unser internes Tool, Website-Check macht, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Produkt draus, aber es sind mal sehr viele Aufwandprodukte zu machen, dass wir das alles miteinander kombinieren. Sagen, wir haben irgendwie am Schluss ein Blogpost, soll Keywords betrachten, das ist eher in Richtung SEO und soll Fragen betrachten in Richtung Mensch. Das machen nicht sehr viele andere Tools und das ist unsere Anforderung gewesen. Und wir möchten erst mal einen Rahmen für diesen Blogpost, der natürlich sehr viel angereichert ist in dem System, in dem ich einfach Keywords und Fragen schon mal habe. Das ist fast alles, was ich für ein Redakteursbriefing brauche. Und dann geben wir dieses Redakteursbriefing doch einfach der KI rüber. Und die macht da mal einen Entwurf als Text, der in der Regel nie gebrauchbar ist. Also es ist immer peinlich, wenn sowas reingeht und dann vielleicht auch Hinweise auf eine KI-Ressource drin sind. Aber da sind oft gute Impulse und Ideen drin. Und ein Redakteur ist dann einfach viel schneller. Und das ist das Thema KI-Assistenz, um die es sich hier überall dreht. Gut, das ist nur, dass ich sehe, was es ist. Wir haben hier unser Tool, das WebsiteCheck, bei dem es dann verschiedene Projekte gibt, die wir machen. Das ist das ERP-Beratung.team, eines unserer wichtigsten Projekte, weil das ist unser Start-up im Unternehmen, was gerade sehr stark wächst, was da drinnen geht. Aber wir sind jetzt auf businessintelligence.team. Also wir haben sehr viele separate Landingpages, wo wir einfach monothematisch ein Thema behandeln. Und hier ist jetzt zum Beispiel das Thema Arbeitstitel, 30 Tipps für bessere Dashboards. Das sind die Questions, also die Fragen, warum ist Business Intelligence wichtig, was ist der Zweck eines Dashboards und dann verschiedene Keywords. Business Intelligence, Dashboard erfahren, Farbe, darum geht es im Dashboard, Redash, eine Software und so weiter. Also das sind die Sachen. Und das ist die Maske, in der wir das einfach pflegen, weil man hat natürlich mal sehr viele Ideen, aber die Ressourcen für das Schreiben ist begrenzt. Deswegen haben wir einfach eine Planung und können immer wieder neu priorisieren. Wir arbeiten überall agil, auch im Content Marketing. Und hierbei sieht jetzt das so aus, dass wir hier einen Arbeitstitel haben. Und das ist im Worst Case oder im Best Case die einzige Information, die wir tatsächlich dafür brauchen. Wie kann ich AI einsetzen, um mir einen Blogpost zu generieren? Und dann haben meine Mitarbeitenden da hier einen Generieren-Button und hier unten einen Generieren-Button eingebaut. Und der Schritt sieht jetzt wie folgt aus. Und das ist jetzt nicht sensationell, weil das machen, sage ich mal, inzwischen sehr viele andere Tools auch. Aber aus diesem Titel generiert er einen Intro-Text oder eine Zusammenfassung, Executive Summary. Worum soll es in dem Artikel gehen? Und dann geht es jetzt wieder darum, personalisieren. Ich schaue, passt das, was er mir aus dem Titel vorschlagen würde? Oder ich schreibe hier einfach selber meine Zusammenfassung des Textes, was ich beantworten möchte. Danach habe ich Fragen oder kann mir auch Fragen generieren lassen. Ich klicke auf Generieren, wo er aus dieser dann Zusammenfassung mit Mehrinhalt Fragen beantwortet, was dann typischerweise in so einem Blogpost oder jemand, der sich dafür interessiert, dann wissen möchte. Die kann ich dann auch wieder nach anpassen, die Fragen, die mir die KI generiert hat. Und am Schluss klicke ich oben rechts auf Artikel generieren. Und dann dauert es ein bisschen und dann nach einigen Sekunden kommt dann ein Blogpost von der KI raus, der bereits ein bisschen mit Markup-Code ist, dass wir ihn theoretisch so jetzt direkt nach WordPress oder Innes hernehmen können. Das könnte man automatisieren, haben wir bewusst nicht gemacht, weil eben die Qualität ist einfach zu beliebig. Nur, man kann dann schauen, ah, okay, die Struktur passt schon mal, ich ändere sie ein bisschen um. Ich kann einfach nochmal auf Generieren klicken, was kommt das zweite Mal raus. Das ist der Workflow, wie man einfach sich inspirieren lassen kann. Und ganz oft tatsächlich schreibt man es dann doch alles komplett selbst, weil das macht das eigene Unternehmen aus, der eigene Stil, den eigenen Erfolg und die Unterscheidbarkeit. Wenn jeder noch KI-Artikel macht, das bringt einem natürlich dann auch nichts. Aber das ist erstmal der Use Case und jetzt schauen wir uns das Technische an. Oder zuerst mal die Kosten. Wenn später drauf aufgehen zwischen den verschiedenen Modellen. Im letzten Jahr war das gerade, als GPT-4 rausgekommen ist, natürlich dann sensationell, welchen Qualitätssprung das gemacht hat. Heute ist dann vielleicht Cloud-3 oder sowas ein Modell, was noch nicht in Deutschland verfügbar ist, sondern in den USA, was nochmal deutlich besser ist als GPT-4. Das Prompt-Engineering wird immer besser. Gleichzeitig aber merkt man auch, diese digitale Demenz, die Modelle, die optimieren ein bisschen die Kosten, weil natürlich das GPT-4 ist um Faktor 1000 Mal größer als ein neuronales Netzwerk als GPT-3.5. Und das macht sich natürlich in dem Stromverbrauch, in der Rechenleistung, ähnliches bemerkbar und dadurch in den Kosten drin. Und da hat jetzt der OpenAI die Modelle ein bisschen, sage ich mal, geschrumpft oder ein bisschen effizienter gemacht, aber dabei hat die Qualität auch wieder nachgelassen. Weil das ist tatsächlich, was wir uns am Schluss anschauen, wenn ein Learning mit der Qualität ist, doch eine große Bandbreite da drin. Aber auf jeden Fall, hier wird dann immer unterschieden, was kostet die verschiedene API. Bei ChatGPT schauen wir uns später im Detail nochmal viel mehr an. Hier haben wir die Wide Sonic API genommen. Das ist ein Dienstleister, der schon perfektes Prompt-Engineering für das Thema von Schreiben von Blog-Artikeln rein hat, weil wir uns später anschauen, wie wir selber die Prompts machen und wie, sage ich mal, kompliziert das vielleicht sogar ist oder auf wie viele Sachen man achten muss, damit das wirklich gut passt. Aber ein erstes Learning ist erstmal, wenn ich die bessere Qualität haben will, dann zahle ich auch erheblich mehr Geld. Nichtsdestotrotz, wenn ich die Qualität brauche und bei Content zum Beispiel brauche ich sie in jedem Fall, dann muss ich eigentlich das bessere Modell nehmen, was einfach teurer ist, aber da investiert halt einfach die KI mehr Rechenzeit rein und kommt auch ein besseres Ergebnis dazu raus. Ob die Preise jetzt heute noch so stimmen, muss man sich jetzt wirklich anschauen in den Preismodellen, das ist ja auch eine hohe Dynamik drin, deswegen der Link unten drunter können Sie sich anschauen. Und wahrscheinlich wird man es vielleicht heute sogar mit eigenem Prompt-Engineering machen, weil da haben wir in der Zwischenzeit auch sehr viel Wissen aufgebaut und wir glauben, dass man die Ergebnisse da ein bisschen besser rausbekommt. Gut, wie funktioniert es jetzt technisch? Wir haben also eine eigene Anwendung, die quasi jetzt schon mal seit Längerem funktioniert und wir haben jetzt das, eine KI-System, die über eine API, über eine Schnittstelle angesprochen wird und haben jetzt ein Workflow, den wir machen müssen. Und das Thema, was der Stichpunkt ist, was ich jetzt zeigen werde, ist eine Rest-API. Das ist ein Standard, mit dem autonome Systeme im Internet untereinander kommunizieren können und vor allem einfach unterschiedliche Systeme, die in unterschiedlichen Programmiersprachen, unterschiedlichen Betriebssystemen, unterschiedlichen Orten, alles sind. Und das ist einfach ein Standard, ein Industriestandard und den sollten die Personen, die jetzt bei Ihnen Prozesse digitalisieren, einfach beherrschen. Weil das ist eine Basistechnologie der neuen KI-Welt, aber es ist eigentlich auch eine Basistechnologie der Digitalisierung überhaupt. Weil bei der Digitalisierung geht es ja immer, Systeme zu automatisieren. Dazu müssen sie verbunden werden und da ist einfach Rest oder eine Rest-API die Basistechnologie, die das macht. Der Workflow habe ich ja gerade beschrieben. Wir gehen einfach das, was wir nach den Buttons immer machen, wird dann zur API geschickt, also an die KI übermittelt und die gibt dann Ergebnisse zurück. Dann wird die optimiert durch den Menschen wieder, dann geht es in die nächste API, wo die Fragen erarbeitet werden und dann habe ich wieder mehr Informationen. Damit wird einfach das Ergebnis der KI immer wieder besser und am Schluss habe ich einen Vorschlag für einen Blogpost. Gut, jetzt kommen wir mal hin, wie so etwas technisch aussieht. Man kann es in jeder beliebigen Programmiersprache machen. Hier haben wir jetzt C-Sharp, geht aber auf, weil sich Python sind oft Anfängersprachen oder JavaScript, was man mit diversen Tools auch am Server laufen lassen kann, wie Node.js oder ähnliches. PHP ist eine klassische Sprache, wie auf jedem Web-Server, den man mitmieten kann, läuft. Man kann es in der PowerShell machen, auf dem Betriebssystem. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das Spannende ist, ich habe es jetzt mal probiert, ein Projekt nur durch die KI selber generieren zu lassen. Also diesen Programmiercode, den bringt mir die KI auch bei und inzwischen ist sie richtig gut beim Programmieren. Vor einem Jahr war ich noch ein bisschen zurückhaltender, da hat die noch zu viele Fehler gemacht, aber ich habe es jetzt in einem anderen Experiment mal mehr, so etwas Komplexes, eine quasi API-Schnittstelle, die dann sogar noch inhaltlich einiges macht, mal komplett durch die KI erstellen lassen. Und das hat am Schluss und auch die Zwischenschritte sehr gut geklappt. Und am Schluss war das Ergebnis, also es kommen immer wieder noch kleine Fehler rein, aber kann man der KI sagen, hey, da ist ein Fehler. Und dann korrigiert sie das. Ich frage mich immer, warum macht sie das nicht im ersten Schritt? Nur tatsächlich am Schluss war es ohne Anpassungen möglich, diesen Code zu nehmen, auf dem Webserver laufen zu lassen. Also auch hier kommen jetzt immer mehr Initiativen. Muss ich heute noch programmieren lernen oder nicht? Oder reicht, ich sage mal, die Muttersprache ist die Programmiersprache der Zukunft, wie es ja Microsoft propagiert, die sehr viel in OpenAI und ChatGPT rein investiert haben? Ich hoffe nicht, weil dann wird unser Geschäftsmodell obsolet. Und ich glaube es aber auch nicht, weil man muss natürlich das Verständnis haben, dass man weiß, wo man hinschaut, wo sind die Fehler, warum könnte das sein? Und wenn ich da eine bessere Frage formulieren kann, dann brauche ich dafür einfach ein gewisses Grundverständnis für Programmieren, damit ich das einfach machen kann. Aber dann ist die Kombination Mensch mit KI schon eine tolle Sache. Und auch da gibt es ja viele Tools. Ich habe erst mal hier angefangen mit Widesonic und nicht mit ChatGPT, weil hier tatsächlich muss ich es von Hand programmieren. Also hier habe ich eine Rest-API, die ich nicht sehr intelligent ansprechen kann, sondern ich baue mir eine Verbindung selber auf, indem ich einen HTTP-Client starte, indem ich dann tatsächlich alles in eine URL reinkodiere, mich um die Authentifizierung mit API-Key und Ähnliches mache, um die Serialisierung, also komplexe Daten, in eine Liste zu bekommen. Und das sind alles Sachen, die, sage ich mal, auch besser gehen, wie wir es dann gleich bei ChatGPT nativ sehen werden. Aber deswegen erst mal hier dieses Beispiel. Man hat also eine Verbindung zum Server. Diese Verbindung, die wird asynchron aufgebaut, post-async und mit await, wartet er, bis die Daten kommen, weil, das wir uns auch noch später nochmal genauer betrachten, KI ist nicht schnell. Wenn man das einfach ausprobiert online und da seine Frage stellt, wie langsam der das aufbaut, und das ist nicht, weil er es irgendwie spannend machen will, sondern weil es so enorm rechenintensiv ist und dadurch einfach brauchen die diese Zeit. Und genau so schnell oder langsam sind hier diese Systeme, die es dann automatisieren und über die API rausgeben. Und wenn ich das jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie asynchron mache, sondern ich schicke es los und warte, bis die Antwort kommt, dann ist die Anwendung vielleicht eine halbe Minute, vielleicht eine Minute blockiert. Und das will man nicht. Deswegen kann man sich dann auch mal schauen, wie tue ich asynchron Daten hin und her schicken. Ich splitte den Text auch manuell auf, anhand von Zeilen und Brüchen oder Ähnliches. Also das sind alles Punkte, um die ich mich hier selber kümmern muss. Und dann habe ich quasi jetzt erstmal die Initialisierung und am Schluss gibt es eine Funktion Generate Content. Das ist die, die jetzt schon ein bisschen mehr hat. Die hat einen Titel, die hat ein Intro, die hat die Selection, das sind die Fragen, also die Zwischenüberschriften, wandeln wir um in Selektionen da drinnen. Wir sagen, welche Sprache er nehmen soll. Wir sagen die .de, die Quality geht rein und so weiter. Und so schickt man es dann einfach hin und dann kriegt man das Ergebnis entsprechend zurück. Also das ist eine Technologie, die jetzt vielleicht, wenn es noch nie gesehen hat, kryptisch aussieht, wie ich das mache. Aber der erste Impuls jetzt wirklich aus diesem Vortrag ist, so etwas müssen Sie sich im Haus aufbauen. Das ist natürlich jetzt unser Geschäftsmodell und ist vielleicht schwierig, wenn ich sage, bauen Sie sich selber Programmierkompetenz auf. Nur, ja, man braucht einfach dieses Wissen im Unternehmen in Zukunft, wenn ich das machen will. Dann wird man, denke ich, trotzdem noch Experten wie uns dazu brauchen oder andere Dienstleister, die dann diese KI-Schnittstellen wirklich bauen und bedienen können oder implementieren können. Aber Sie sollten auch ein bisschen wissen, was da passiert. Und so einfache Aufgaben, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr einfaches Beispiel, was man hier sieht, das sollten Sie auch in der Lage sein, dann einfach selber zu bauen oder Ihren Mitarbeitenden oder wen auch immer. Und gute Nachricht ist, in der Schule lernt man heute schon relativ gut Programmieren. Das ist eine gute Basis, auf der man aufsetzen kann. In Hochschulen sollte es überall dabei sein. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft mehr. Okay, und jetzt kommen wir mal zu ChatGPT selber. Unser zweiter Anwendungsfall, der ist auch ein paar Tage nach Veröffentlichung der API, haben unsere Mitarbeitenden dann selber gesagt, hey, Texte generieren ist sowas Gutes, das machen wir ungern, wenn wir quasi zum Beispiel Leistungsbeschreibungen machen oder besser Leistungserfassungen. Also für unsere Kunden, wenn wir Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell haben, dann haben wir irgendwelche Aufträge, die wir abarbeiten, also zum Beispiel Implementierung einer KI-API und dann haben wir eine Zeiterfassung und die Leute möchten bei uns natürlich programmieren und dann nicht alles genau schreiben, was sie machen. Und man kann einfach die Ergebnisse, was man zum Beispiel programmiert oder ähnliche Informationen einfach an die API schicken und sagt, hier, schreib mal, was ich da gemacht habe und dann fasst sie es zusammen in einem Text, der sich vielleicht gut anhört. Das ist so die Idee davon, entlasse die Mitarbeiter, die können das machen, was ihnen Spaß macht. Der Kunde hat vielleicht bessere Texte, die keine Rechtschreibfehler haben und die vielleicht verständlicher und ausführlicher sind, als wenn der Mitarbeiter nur ein paar Stichworte reinschreibt. Also eigentlich alle gewinnen davon und haben eine bessere Qualität und Dokumentation der Arbeit. Auch hier zeige ich jetzt wieder erstmal kurz, wie unsere Anwendung funktioniert. Das ist unser Zeit-Tool. Das ist, sagen wir mal, eine moderne, selbstentwickelte Zeiterfassungsanwendung und da sind so Gamification-Ansätze drin, dass es für alle möglichen Sachen Punkte gibt. Ich habe die Tagesübersicht des Mitarbeiters drin. Er hat solche Themen, sagen wir mal KPIs, auf denen wir intern sind, wie Abbrechenbarkeit, wir haben Projektbudgets, wie viele Stunden haben wir überall drin und so weiter. Kleidzeitkonto ist mit dabei, der Tag ist übersichtlich drin. Und das ist einfach erstmal die Arbeit oder die Oberfläche, in der wir arbeiten. Es gibt einen Chat und so weiter zwischen den Mitarbeitern, gerade wenn man in verschiedenen Orten arbeitet. Die Teams jetzt seit der Pandemie ist das ja in aller Munde. und bei uns, sagen wir mal, wir haben zwei Bürotage im Monat, also da ist das drin. Ich habe dann irgendwelche Kalenderansichten, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Outlook. Man hat Team-Zweit drin. Das ist eine Funktion, das halt dann einfach zum Beispiel nur einer einträgt für mehrere Menschen. Also wir probieren überall zu optimieren, dass man einfach da sich mit wenig solchen administrativen Aufwand beschäftigt und das auch dann von überall erreichbar ist als Web-Anwendung und dass man einfach solche Funktionen drin hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der tatsächlichen Leistungserfassung. Das ist die Maske drin. Es gibt auch oben vorbelegte Buttons. Wenn ich ein Planning-Meeting habe, dann füllt das schon alles aus. Man arbeitet typischerweise an irgendeinem Projekt drin. Man hat irgendwelche Arbeitstypen und Tätigkeiten, die man auswählen kann. Ja, von wann bis wann habe ich das gemacht? Es gibt Bemerkungen intern, extern. Es gibt eventuell Ticket-Nummern aus dem Ticketsystem. Und dann kann ich das alles abspeichern. Und es gibt jetzt einen Button-Vorschlag mit dem Chat-GPT-Logo. Und das wurde einfach reingemacht. Und dann wurden diese ganzen Informationen an die API geschickt. Datenschutz werde ich später noch etwas dazu sagen, weil da muss man wirklich höllisch aufpassen. Und dann kommen einfach drei Vorschläge. Da geht eine Maske, die sich dann oben drüber legt auf. Die kommt sehr schnell, weil auch das schon mal. Wir haben die verschiedenen Modelle ausprobiert. Und das Turbo-Modell reicht hier komplett aus. Einfach Texte zusammenfassen. Das kann das sehr gut. Da brauche ich nicht das perfekte Modell. Und das macht einen kurzen, langen und mittellangen. Und ich muss ihn einfach nur anklicken. Das ist eingetragen und ich bin fertig. Das ist so die Idee, die man da drin hat. Auch hier wieder kann es ein iterativer Prozess werden. Ich habe dann auf einmal einen längeren Text innen drin. Und dann könnte ich zum Beispiel einfach nochmal an die API schicken mit jetzt mehr Informationen. Oder ich kann ihn wieder auch hier wie im anderen Tool ein bisschen noch überarbeiten. Wenn mir irgendwas fehlt, mache ich noch einen Stichpunkt oder Ähnliches hin. Das muss ja nicht ausformuliert sein. Schicke nochmal auf Generate oder auf Vorschlag heißt es hier. Und dann kriege ich wieder neue Vorschläge, die ein bisschen besser sind. Also das, sage ich mal, ist wenig Aufwand für Mitarbeiter. Macht vielleicht sogar Spaß. Hey, was macht denn die KI da draus? Und dass man sich das entsprechend anschauen kann. Hier haben wir verschiedene Beispiele, wo zum Beispiel Bemerkungen leer sind, sehr wenige Punkte drin sind, aber hier zum Beispiel eine Ticketnummer hinterlegt, was der Kunde reingenommen hat. Und dann geht es zum Beispiel um Stücklisten, Vergleiche, was da drin ist. Und dass man einfach solche Informationen dann nicht selber irgendwie erfassen muss, sondern ich habe einfach nur eine Nummer, die ich ja auch bei der Entwicklung brauche, die Ticketnummer, die ist hier hinterlegt und erzieht sich alle Informationen automatisch. Das sind dann natürlich dann wirklich Effizienzsteigerungen, wo auch der Mitarbeiter vielleicht 1, 2 Minuten Arbeitszeit spart. Und wenn er am Tag, wir haben es schon gesehen, wie viele einzelne Einträge das waren, wenn das vielleicht 10 Einträge mal 2 Minuten sind, sind das auch schon wieder 20 Minuten Arbeitszeit, die gespart sind, die in die Effizienz von so einem System reingehen. Und das für ein paar Cent, was es kostet, die API anzusprechen. Und 20 Minuten, 130 Euro Stundensatz oder so etwas, das ist ja dann, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich, 35, 45 Euro, sowas in der Größenordnung, die ich vielleicht mit 10, 15 Cent KI-Kosten dann herkommen kann. Dadurch kommen diese großen Return und Invest, die man auch immer bei den KIs hat. Okay, ein paar mehr Punkte. Jetzt habe ich noch hier, sage ich mal, eine Ticketnummer und einen Bemerkungstext. Und dann werden die Texte auf einmal viel ausführlicher. Also je mehr Futter ich der KI gebe, umso besser werden die Antworten. Aber sie sind alle besser als Icons für Anwesenheitsstatus. Dann ermöglicht, erstellt wurden Icons für die Anzeige des Anwesenheitsstatus von Benutzern. Diese Icons ermöglicht, Benutzern aktuellen Status anderer Benutzern beziehungsweise die Arbeitsumgebung einfach und klar zu erkennen. Also das ist einfach schon mal mehr, dass jemand weiß, was wurde gemacht, als wenn ich das nur mache. Dem Entwickler reicht das Kurze aus, aber manchmal können das andere Menschen nicht nachvollziehen, die nicht mit dabei waren. Und das ist dann einfach eine gute Sache. Es reicht vom Entwickler Stichpunkt, aber für jemanden, der es dann wirklich liest, ist einfach mehr dabei. Verschiedene Sachen. Jetzt ist hier kein Ticket leer, aber ein bisschen Bemerkung, die dann einfach aufgebohrt wird und die dann auch ein bisschen erklärt, was da mit dabei ist. Und so läuft das entsprechend ab. Gut, ich habe jetzt vorhin gesagt, es gibt diese Rest-Funktionalität und die ist etwa ein bisschen umständlich, weil ich muss selber Fehlermeldungen an oder abfangen, also mich darum kümmern, wenn der Server gerade nicht reagiert, wenn das Internet gerade nicht geht oder extrem langsam ist. Das alles musste ich in einem anderen Beispiel selber machen. Und hier bei OpenAI gibt es sehr viele Community Libraries, also Bibliotheken, die von Freiwilligen erstellt wurden. Die sind auf GitHub zu finden und zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr gab es schon 34 Libraries für 22 populäre Programmiersprachen. Ich habe mich mal gefragt, wer kann denn heute überhaupt noch 22 populäre Programmiersprachen aufzählen? Für unsere C-Sharp, die wir zum Beispiel hier in dem Beispiel benutzt haben, gibt es allein drei Libraries oder gab es zu dem Zeitpunkt drei, aber vielleicht gibt es heute schon mehr. Dann haben wir die Betalgo OpenAI-API genutzt und die will ich jetzt mal gleich mal zeigen, was da jetzt der Unterschied ist zu dem anderen System. Und die Empfehlung ist auch wirklich, wenn ich irgendwo APIs habe, auch oder Libraries, die APIs kapseln, dann bitte machen Sie immer Gebrauch davon. Weil der Code hier ist jetzt einfach gleich viel, viel lesbarer. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern, irgendwie eine URL zusammenzubauen, sondern ich habe ein Objekt und ich sage diesem Objekt jetzt einfach nur noch Eigenschaften, was ich habe, zum Beispiel Model, möchte dieses Model haben, N, wie viel Ergebnis möchte ich haben, bei uns sind es drei Stück, wie viel Tokens, wie viel Geld möchte ich ausgeben. Auch das werde ich gleich zeigen, wie das berechnet wird. Und dann sage ich Ihnen einfach nur noch, was ist meine Message vom System, was ist meine Message, die ich habe vom User und vom Assistant. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil nämlich zu dem Zeitpunkt war das volle Potenzial der KI-Systeme nur über die API verfügbar. Und jetzt erst vor ein paar Wochen hat ChatGPT die GPTs gemacht, dass ich eigene GPTs erstellen kann. und die führen jetzt endlich mal das volle Potenzial ein, dass sie diese verschiedenen Optionen, wie die KI eigentlich intern arbeitet, ermöglichen. Wer nur die Oberfläche hat, mit seinem, sagen wir mal, wo man anfängt zu schreiben, der nutzt nur einen Bruchteil des Potenzials, was diese KIs ermöglichen. Und das hat damals schon die API gemacht und das ist vielleicht auch noch ein guter Impuls. Ich werde Ihnen gleich erklären, wie das funktioniert und wie die verschiedenen Rollen sind, weil damit holt man das gesamte Potenzial her. Umgedreht bedeutet es aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gebraucht habe, um der KI bessere Ergebnisse rauszubringen, kann ich das jetzt einfach mit eigenen GPTs machen, die ich sogar veröffentlichen kann, entweder unternehmensweit oder auf den Marktplätzen, irgendwann auch vielleicht damit sogar Geld verdienen kann. Aber das ist natürlich auch jetzt eine tolle Sache und das ist zum Beispiel ein Inhalt von einem Vortrag, den ich dieses Jahr halte, wie baue ich eigene GPTs und wie mache ich die einfach so, dass sie eine hohe Effizienz haben und meine Prozesse einfach noch besser machen, weil die KI genau mich und mein Unternehmen kennt und dadurch besser weiß, was ich von ihr erwarte. Und hier musste man das halt einfach noch über die API machen, aber das schauen wir uns jetzt an. Also, hier einfach, man baut sich das zusammen mit relativ einfachen Anweisungen, dem ich die Chat-Message eben hergebe und immer die Rollen sage und dann einfach meinen Text reinnehme und am Schluss sieht es so aus, dass ich dann überprüfe, habe ich zum Beispiel einen Arbeitstyp, habe ich in verschiedenen Sachen, habe ich zum Beispiel einen Sprint-Backlog-Text, der irgendwo dann herkommt, also immer die Felder, was drin ist, wenn ich sie habe, immer die IF-Anweisung, dann baue ich es einfach mir auch mit dran. Ich kann mich also rein auf die Business-Logik konzentrieren und nicht eher auf die Logik, wie ich das fremde System anspreche, habe ich übergeordnete Arbeitstypen und so weiter. Das sind einfach diese Sachen. Ich baue mir alle Informationen, die ich irgendwo finde, zusammen zu einem längeren Text und den übergebe ich dann einfach an die KI. Jetzt kommen wir auf die ganzen Sachen, die ich angeteasert habe. Das allererste sind erstmal die Tokens. Da stand eben gerade im Screenshot, ich bin bereit, 1024 Tokens auszugeben. Was ist ein Token? Habe ich mich auch am Anfang gefragt und ich würde es so erklären, die KIs tun die Texte in Verarbeiten und das machen sie auf Textbasis und ein Token ist quasi eine Silbe im Englischen. Vielleicht auch ein ganzes Wort, aber es ist, sage ich mal, auch runtergebrochen. Und jedes Token kostet Verarbeitungszeit, Rechenzeit und das wird einfach bezahlt. Und zwar sowohl in der Eingabe, also das, was ich die KI frage, wird in Tokens aufgespaltet und das probiert die KI daraus zu verarbeiten, was will er von mir und dann, wenn er das hat, weiß er es und dann überlegt sich eine Antwort und auch die geht raus und das ist auch Text und das sind dann auch wieder Tokens. Und eben stand 1024 Tokens und da ist jetzt hier dieses Beispiel im Englischen, wo alle KIs im Moment optimiert sind. Das ist ein Example-Text, Example-Text, wenn man auseinanderschreiben im Englischen, man macht es zusammen, um mal zu zeigen, wie er die Tokens dann da rausnimmt und das sind zum Beispiel fünf Tokens. Eine Sache ist tatsächlich, im Deutschen löst er diesen Text auf, nämlich, indem er erstmal davon ausgeht, es ist Englisch und sucht da die Worte as oder is oder in oder isp oder text oder be. Also er sucht jetzt englische Silben und nachdem es aber natürlich keine englischen Silben sind, sind sich auf einmal schon 10 Tokens drin. D ist ein Token, dann as, dann is, dann T wieder, weil es einfach im Englischen dieses Wort halt so nicht gibt. Und das ist tatsächlich eine, mir auch Erkenntnis, wenn Sie irgendwie die Entscheidung haben, Sie möchten die KI in Deutsch oder in Englisch benutzen, dann nutzen Sie immer in Englisch. Es ist a billiger, b schneller und c, die Ergebnisse sind besser. Sie können es zum Beispiel ausprobieren, indem Sie einfach mal sich ein Gedicht ausgeben lassen und schreiben mal ein Gedicht über den Frühling oder write a poem about the spring. Also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und wenn Sie ein deutsches Ergebnis oder ein englisches Ergebnis bekommen und Sie werden sehen, im Englischen auf einmal ist das Wortmaß besser, das reimt sich richtig, das Versmaß ist da, also da hat er wirklich ein Gedicht gemacht und im Deutschen sieht es ein bisschen komisch aus. Das ist einfach, weil natürlich die ganzen KI-Systeme auf Englisch trainiert sind und dann immer wieder erst nach Englisch übersetzen und dann wieder zurück in die deutsche Sprache übersetzen. Deswegen übersetzen Sie sehr gut, besser als viele andere Systeme, auch besser würde ich sagen inzwischen als DeepL, aber eben es geht in der Übersetzung immer sehr viel verloren. Das dritte, neben Eingabe und Ausgabe, was es noch gibt, ist das Training oder das Feintuning heißt es in der API. Ich kann dem weiteres Trainingsmaterial geben und auch das muss verarbeitet werden. Wenn ich den 100 Seiten PDF zum Beispiel gebe, dann sind da ganz schön viele Silben drin, wenn das reine Texte ist und das kostet auch. Und das ist auch eine Funktion, die man in den GPTs zum Beispiel auch in der neuen Oberfläche von den Bezahlaccounts machen können. Wenn die Tokens begrenzt werden und ich habe aber mehr, die verarbeitet werden, dann bricht er einfach an der Stelle ab, wo die, sag ich mal, erreicht sind. Also ich bekomme dann nicht irgendeine kompaktere Antwort oder Ähnliches, sondern gebe die Antwort, die er halt für richtig hält, das KI-System und danach hört es halt einfach auf. Sieht man ja auch zum Beispiel in der Oberfläche, wenn auf einmal mal Netzwerkprobleme sind oder Ähnliches oder sonst irgendwas ihn gerade stört, er bricht da ziemlich häufig einfach ab und das macht er eben auch, wenn er dann nicht genug Tokens hat. Umgedreht hat man natürlich selber dadurch eine hohe Kostenkontrolle. Und jetzt ein paar Sachen, was die Kosten sind und da sieht man auch, warum vorher zum Beispiel bei Widesonic das GPT-4-Modell so viel mehr kostet als drei, weil in der API und das repräsentiert auch ungefähr die Stromkosten, kostet zum Beispiel das ChatGPT 3.5 mit 4K-Context, also 4000 Token-Context, kostet 0,2 US-Dollar, US-Cent. Währenddessen das mit zum Beispiel 32.000 Token GPT-4 kostet 12 Cent pro 1000 Tokens. Ich spoiler jetzt so viel, weil ich komme gleich dazu, wie unser Prompt aussieht. Man braucht typischerweise für eine Interaktion 1000 Tokens. Das heißt, einmal was zur API schicken, kostet hier vielleicht 0,2 Cent oder 12 Cent. Wenn ich zum Beispiel am Tag 10 Sachen pro Mitarbeiter mache und da kommen drei oder vier oder fünf Varianten, also vielleicht 50, 60 Geschichten, dann habe ich halt hier 5, 6 Dollar und hier bin ich immer noch im Cent-Bereich da unten. Und das nächste Thema ist, der heißt nicht umsonst Turbo, weil dadurch, dass der ein viel kleineres Modell hat, ist der viel, 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 viel schneller. Und man muss immer überlegen, welches nutzt man. Das nächste ist noch die Verarbeitung der Eingabe und der Ausgabe ist oft asynchron. Zum Beispiel, ich habe die 12 Cent genommen, aber es ist ein Hauch billiger, weil die Eingabe kostet nur 6 Cent pro 1000 Tokens die Ausgabe 12. Einige Modelle, zum Beispiel hier ist es identisch, hier ist es 1 Cent Unterschied, hier ist es aber auch 100% Unterschied. Auch beim Training ist das Training billiger, als dann, wenn er mit eigenem Material darauf zugreift. Das sind eben Modelle, die ein Fine Tuning ermöglichen. Da gibt es verschiedene, einfach auf der OpenAI Pricing Seite oder in den Dokumentationen schauen, welche Modelle es gibt. Zum Kontext, wie viel Kontext brauche ich da? Soll ich das oder das nehmen? Zum Beispiel für jetzt die Zeiterfassung, die wir haben, da gebe ich dem einfach einen String hin und erwarte mir eine Antwort da drin. Das sind in der Regel unter 1000 Tokens, da reicht ein Modell, was 4000 Token Kontext hat. Der große Erfolg von diesen neuen Modellen ist, dass sie diesen Kontext, also die alte Diskussion mit der KI, sich einfach speichern und nicht einfach nur auf die letzte zurückgreifen, sondern auf die vorletzte, vorvorletzte, vorvorletzte Antwort und zwar sowohl das, was der User gesagt hat, als auch das, was die KI gesagt hat. Und das ist aber der Kontext, den er halt einfach, je größer er ist, umso mehr Kontext sich speichert, aber auch umso mehr generieren kann. Und wenn ich das gut ausnutze, dann kriege ich einfach noch bessere Antworten, weil ich einfach immer mehr Futter habe, aus dem die KI, sag ich mal, reingreifen kann. Und das ist auch der nächste Trick oder ein Erfolg, warum es über die API und auch mit den eigenen GPTs besser ist, indem ich dem einfach viel mehr Kontext für seine Antwort gebe, am Anfang, bevor er überhaupt anfängt, mir die eigentliche Antwort zu geben. Gut, und dann nämlich die Feintüking-Modelle da ist, wo ich dann nicht nur das als Textform übergeben kann, sondern den zum Beispiel auf mein Wiki zugreifen lassen kann oder mein Wiki verarbeiten kann und ihn als Textform rübergebe, indem ich in PDFs oder andere Textdokumente oder Webseiten oder Ähnliches einfach reingebe und er das dann mit reintrainiert, nur für den einen Kontextfall. Also man kann in der API das System oder die Daten vom Training ausschließen für das gesamte Modell und es ist auch die Empfehlung aus Datenschutzgründen, das unbedingt zu machen. Wenn ich die Webseite selber benutze, ohne ein eigenes GPT, dann werden die Daten immer für das Training auch benutzt. Das heißt, alles, was sie reinschreiben, kann in der Antwort von jemand anderem sein und gerade, wenn personenbezogene Daten da drin sind, das ist ein US-Unternehmen, da muss man höllisch aufpassen. Technisch ist es natürlich schwer, wie verhinde ich das oder sowas, über eine Dienstanweisung haben wir es gelöst, dass wir sagen, es dürfen keine Kundendaten reingenommen werden, es dürfen im Moment auch erstmal nur interne Projekte genommen werden oder Standardtätigkeiten, wo auf jeden Fall nicht irgendwas Kundenspezifisches drin steht oder irgendwas, was geheim ist oder Ähnliches. Also hier müssen sie das einfach über Schulung ihrer Mitarbeitenden regeln, über Richtlinien regeln, genauso wie in der Datenschutzerklärung auch, was machen sie sonst mit personenbezogenen Daten und das ist jetzt einfach genauso, wo können sie es ablegen oder Ähnliches, in welche KI können sie es reinschmeißen. Nachdem die Unternehmen oft einen Umweg um Europa rum machen wegen der Datenschutzbedingungen und Ähnliches, findet man da oft keine ISO 2701 Zertifikate, man findet oft keine Datenschutzerklärung, die wirklich richtig kompatibel sind. Ich habe vorhin gesagt, Cloud 3 ist ein besseres Modell, die sagen einfach, das könnt ihr in Europa nicht benutzen, das kann ich nur von den USA aus benutzen, wo einfach der Datenschutz, muss ich leider sagen, keine Rolle spielt. Deswegen da auch aufpassen, wie nutzt man die KI und was macht man damit. Gut, jetzt Prompt Engineering, das ist eigentlich die große Kunst und den Skill, den man erlernen muss. Erstmal ein paar Worte vorab, ist so eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz wirklich intelligent? Und da muss man tatsächlich sagen, nein. Das sind, sage ich mal, Systeme, die sehr gut Wahrscheinlichkeiten vorhersagen. Die erraten immer nur das nächste Wort oder die Bilder erzeugen, die erraten den nächsten Pixel. Die gehen dann einfach wirklich so durch, wie man den Output sieht oder bei den Bildern immer Zeile für Zeile und die überlegen sich anhand ihrer Abermillionen und Milliarden Trainingsdaten, anhand dieser unendlich vielen Diskussion, die man mit ihnen geführt hat, wo man eben bewerten kann, weil es eine gute und eine schlechte Antwort, so wollen die auch trainiert, die Systeme, dann erraten die einfach, welches Wort passt am besten hin. Das muss gar keinen Sinn machen. Das ist einfach eine Statistik, dass nach dem Wort, es muss gar keinen Sinn machen, es muss gar keinen und im Kontext meiner Sprache das Wort Sinn als nächstes kommt und dann machen. Und wenn es gut ist, würden sie anstatt Sinn machen, Sinn ergeben sagen, weil das eigentlich der richtige Begriff laut Duden ist. Aber auf jeden Fall, die wissen nicht, dass es jetzt irgendwas zusammen gehört. Die haben keinerlei Verständnis darüber, sondern einfach nur, welches Wort passt in den ganzen anderen Texten, die wir bisher gesehen haben und wo mich ein Feedback bekommen haben von meinen Trainern, dass es besser oder schlechter ist die Antwort. Was war da eine bessere Antwort? Und dieses Wort nehmen sie da rein. Und deswegen sieht man auch, warum sie sich an so Gedichten schwer tun. Deswegen sieht man auch, warum, wenn man ihr zum Beispiel eine konkrete Ja-Nein-Frage gibt, dass man zum Beispiel sagt, ist 17 eine Primzahl? Und dann sagt sie 95 Mal Ja und 5 Mal Nein, weil einfach meistens da bei der Frage Ja kommt, aber die hat kein deterministisches System, die hat kein mathematisches Modell, dass diese Antwort in was richtig Logisches umwandelt, wie zum Beispiel andere Systeme wie Wolfram Mathematiker oder sowas machen, sondern die schaut einfach nur, wo findet man im Internet vergleichbare Texte oder in den Trainingsdaten, die aber praktisch aus dem Internet und allen Bibliotheken bestehen. Und wenn das immer wieder die Antwort war, aber weil irgendwelche Scherkskekse auch mal was Falsches gesagt haben oder so, kann die das nicht so 100% eindeutig dann eben zusagen, sondern einfach als nächstes Wort hört sich bei der Frage 17 eine Primzahl einfach Ja für die KI besser an als Nein. Und deswegen muss man auch wirklich aufpassen, wie man diesen Systemen vertraut. Gut, dann habe ich gerade schon erklärt, der Kontext, KI, GPT war besser als alle anderen Systeme, die immer extrem abgetrifftet sind und auf einmal absurde Antworten irgendwann kamen, weil die einfach immer nur wieder von der nächsten Sache und wenn dann kurze Antworten waren, einfach, dann haben die sich schwerer getan. Und das GPT nutzt jetzt wirklich alle Informationen, die es aus der Diskussion hat und je länger die wird, umso besser wird dadurch die Antwort. Und, ja, aber der Kontext auch, die weiß nicht inhaltlich, was besprochen wird, sondern einfach nur, es sind jetzt mehr Daten, die diese Statistikmaschine verarbeiten kann. Was jetzt tatsächlich in der API neuerdings einstellbar ist, ob man jetzt auch tatsächlich den Code-Interpreter nutzen soll, der die Antworten jetzt eben versucht, in Modelle umzuwandeln und dann auch wirklich richtig zu beantworten. Und das ist nach meiner Beobachtung nach tatsächlich erstmal der triviale Ansatz, weil so würde jeder vorgehen, aber natürlich ist es eine nagelneue Technologie, da muss so viel gemacht werden und die haben überhaupt erstmal geschaut, dass es den Text gut hinbekommt, aber das andere funktioniert inzwischen auch immer besser. Hat man zum Beispiel vor einem Jahr probiert, damit Programmiercode erstellen zu lassen, dann war der immer voller Fehler. Und wo sich jeder Ingenieur denkt, ja im Moment, den musst du doch nur erstmal selber durch den Interpreter schicken, also ihn quasi einmal ausführen, um dann zu schauen, überhaupt läuft er durch oder nicht. Und so etwas machen sie jetzt. Also es sind naheliegende Lösungen, die aber halt einfach eingebaut werden müssen und was ist das Ergebnis? Inzwischen kann man das einfach sehr, sehr gut nutzen. Und jetzt natürlich kommen wir zu dem Thema dieser Fake-Diskussion, weil je länger meine Diskussion ist, umso besser wird meine Antwort. Und ich kann bei der Chat-GPT-Systeme kann ich eine Fake-Diskussion starten, dass ich ihm eine Frage oder irgendwie irgendetwas mit ihm spreche und ich erwarte nicht von ihm die Antwort, sondern ich sage dem System, was wäre die Antwort gewesen, die ich von ihm erwartet hätte. Dann gehe ich wieder in die Diskussion rein und dann vielleicht mache ich noch mal eine oder werfe ihm jetzt den Ball hin und lasse ihn jetzt etwas sprechen. Und damit nutzt er auch quasi seine Antwort, die aber eigentlich ja von mir vorgegeben war, für die Berechnung seiner nächsten Antwort und wird sich an den Stil orientieren. Und das ist etwas, was eine enorm hohe Qualität der Ergebnisse bringt. Und das werde ich gleich mal zeigen, wie das dann wirklich funktioniert. Wir haben im System gesehen, es gab eben From System, From User, From Assistant. Und warum gebe ich dem From Assistant, das ist quasi ja, was sagt mir, der Assistent ist das Chat-GPT-System, was gibt mir das als Antwort und die gebe ich ihm aber. Das hört sich ja komisch an, aber es ist genau dieses Ping-Pong-Spiel, was ich habe. Ich kann dem einfach beliebig lange Diskussionen simulieren, durchsicht einfach, User hat das gesagt, Assistant hat das gesagt, ich will das, er das, ich das, ich das und jetzt bist du dran. So läuft dieses System ab. Das sollte man Minimum einmal durchlaufen lassen oder einfach mehrfach. Und das Nächste natürlich ist drin, dass ich nochmal einen anderen Kontext habe, weil wenn ich mit dem System sage, okay, du bist jetzt ein guter Marketing-Texter und du wirst das und das machen, das ist ja eigentlich nicht meine Diskussion damit, sondern das ist, indem ich ihm erst mal sage, in welcher Rahmenbedingung bist du aktiv, wie arbeitest du? Und dafür gibt es einen weiteren Input, das ist eben dieses From System und da sage ich ihm von außen betrachtet, in welcher Rolle er sich einfach befindet. Und das sind jetzt einfach drei Parameter, mit denen man auf einmal ein System viel genauer modellieren kann, als wenn ich einfach nur meine eigene Chat-Eingabe habe. Und das sind die Parameter, die ich tatsächlich über die GPTs in den neuen Systemen dann auch selber, sagen wir mal, damit steuern kann, indem ich ihm im System sage, welche Rolle bist du? Und indem ich dann noch die Assistenzantworten oder die User-Antworten ein bisschen hin und her spiele, weil ich dann die vordefinierten Einstiegsfragen habe. Damit überspringe ich den ersten Schritt der Frage und ich sage dann im System zum Beispiel, du fragst immer zuerst danach, danach, danach oder fragst danach, was du brauchst, um die Fragen beantworten zu können. Fragst du den User oder sowas. Also man muss ihn eigentlich anstupsen, dass es da eine Interaktion dazu gibt in den GPT-Systemen. Und hier in der API kann ich es einfach selber wegschicken. Und genau, die erste und letzte Anweisung muss immer der User sein, damit ich wirklich das Ping-Pong habe, User-Assistent, 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 aber nicht am Schluss Assistent, weil wir es auch weitermachen, sondern am Schluss der User spricht mit ihm und dann antwortet der Assistent wieder. Und dann kann ich auch immer gleich über die API, wir haben es vorhin gesehen, es kommen drei Sachen raus, ich sage einfach N ist gleich drei, drei Antworten möchte ich haben, können auch fünf, vier, eine oder sowas geben, aber auch hier sieht man natürlich, ich erwische mich immer sehr oft dabei, ich sage mir, das ist mein Text, den ich schreiben will, durch eine E-Mail, generiere mal drei mögliche Ausformulierungen oder sowas. Man ist immer als Mensch besser und die KI ist ja, woher soll die beim Ersten das Beste treffen, werden, sondern man lässt sie am besten mehrere Antworten machen, zeigt sie irgendwie parallel an und dann pickt man sich schnell die Beste raus, auch das ist eine Effizienzsteigerung da drin. Dazu gibt es den Parameter der Entropie oder der Temperatur, wie hot oder cold soll die sein und das hat jemand gesagt, ja, wenn ich das auf hot stelle, wird die Antwort besser, nee, die wird nicht besser, sondern einfach die Antworten unterscheiden sich stärker und jetzt ist diese Entropie, wie, sage ich mal, kreativ oder wie wild dann die KI dann aktiv wird, das sollte man tatsächlich nutzen, dass die, wenn ich sage, da soll die Entropie null machen, dann kommt irgendwie mehrmals die gleiche Antwort raus, das will man in der Regel nicht haben, sondern auch da sind die so erfolgreich und fühlen sich stärker an, wie eine echte Antwort von einem Mensch, weil die eben erstmal eine sehr hohe Grundentropie haben, also wenn ich die KI fünfmal das gleiche frage, dann soll auch immer wieder eine unterschiedliche Antwort kommen und deswegen ist die KI so schlecht, wenn ich die fünfmal eine objektive Ja-Nein-Frage oder sowas gebe, weil eigentlich möchte sie, um sich wie ein Mensch anzuhören, jedes Mal eine andere Antwort geben und das sind einfach alles so Zielkonflikte, die da drin sind und die der Bediener einfach ja wissen muss, wenn er so etwas macht. Generell, ich habe aber mal einen Vortrag erhalten, wie das überhaupt technisch funktioniert, die KI, die wollte ja wirklich trainiert oder aufgebaut, wie, in dem analysiert wurde, wie ein menschliches Baby lernt, wie dann das Vorschulkind lernt, wie das in der Schule lernt und hat einfach das auf so neuronales Netzwerk angewandt und vor zweitens hätte ich noch gesagt, das schaffen die niemals, da war ich eher pessimistisch mit der KI, aber ich muss anerkennen, dass dadurch, dass jetzt wirklich so vorgehen, wie ein Mensch lernt, auch wirklich sowas wie Kreativität eigentlich bekommen, auch wenn es so statistische Modelle sind, weil man kann natürlich schauen, was mache ich jetzt, man sucht ja auch ständig im Kopf immer das nächste Wort oder es liegt einfach auf der Zunge, aber das gibt einem das Gehirn ja auch irgendwie vor, was jetzt einfach da am besten reinpasst und gerade, wenn man Leerzeiten überbrückt oder ein bisschen improvisieren muss, dann ist es genau so, dass man irgendwie sinnlos was schwafelt und da rauskommt, also es sind schon sehr viele Ähnlichkeiten da drinne und deswegen, sage ich mal, ist das ja wirklich ein spannendes Feld und auch, das gibt es jetzt in der Qualität, dass man es überhaupt erst mal ein bisschen nutzen kann, seit einem Jahr, lassen wir mal da eine Generation oder mehrere, wie zum Beispiel beim Automobil, bei Flugzeugen, beim Computer drüber gehen, wie groß waren die ersten Kästen und wie klein ist jetzt einfach heute so ein Smartphone und hat mehr Rechenleistung als ein PC vor zehn Jahren, als der beste PC vor zehn Jahren. Also das ist einfach, muss man jetzt auch immer schauen, wir sehen jetzt das erste, sagen wir die erste Motorkutsche oder den ersten 286er-PC und Day sind schon so gut, wie wird das erst sein in zehn Jahren oder sowas, deswegen tatsächlich Ethik von KI oder sowas sind auch sehr, sehr spannende Themen. Gut, und jetzt, was ist unser Prompt? Wie haben wir die Zeiterfassungstexte gemacht? Und wenn man sich die durchliest, ist erstmal die allererste Regel, man muss dem ganz klar sagen, was er machen soll, man muss ihn behandeln wie ein kleines Kind. Das ist so ein ganz wichtiges Thema und er ist trainiert wie ein kleines Kind und ist vielleicht Jetschipity drei und vier, drei ist vielleicht wirklich so ein Schulkind, vier ist vielleicht so ein Jugendlicher oder sowas, der dann gerade so mittlere Reife oder so macht, der zwar das ganze Wissen der Welt hat, aber noch nicht sehr intelligent mit umgeht. Ein Benchmark ist ja, jetzt sollen sie als nächstes Hochschulzulassungsprüfungen bestehen, dass sie ja da wirklich exakte Angaben geben können und halt einfach das Alter der Person, die sie simulieren können, wird einfach immer älter. Das ist, sag ich mal, so der Hintergrund damit und jetzt muss man sich einfach sagen, im Moment rede ich noch mit einem pubertierenden Jugendlichen oder vielleicht mit einem Kind oder sowas und dem muss ich das einfach so klar sagen und wenn ich das im Hinterkopf halte, dann werden meine Prompts einfach viel besser. So, wir haben jetzt hier verschiedene Rollen. Erstmal die Rolle System, Rolle User, Assistent und wieder Rolle User. Also wir machen einmal den Ping-Pong zwischen User, Assistent, User und wir sagen am Anfang im System, was wir machen. Und ich lese es jetzt einfach mal vor, weil tatsächlich sind da ein paar Punkte drin. Wir sagen ihm erstmal seine Rolle. Du bist ein Bot, der in der Zeiterfassungssoftware einer IT-Firme integriert wurde. Also wirklich ganz klar sagen, wo genau ist er. Deine einzige Aufgabe ist die Erstellung verständlicher, aussagekräftiger und prägnanter Beschreibungstexte für den Datensatz eines Zeiterfassungseintrages anhand von Benutzeingaben und Metainformationen, die dir helfen sollen. Dann, dein Text darf niemals formatiert sein, keine Stichpunkte, sondern ausformulierte Sätze haben. Sag auf keinen Fall, dass du ein Bot oder Assistenz bist. Man kann jetzt einfach googeln. Leider kann ich als künstliche Assistenz oder ähnliches keine Sachen machen. Also es gibt so Texte, die immer drinne vorkommen und das finden auf einmal in ganz vielen Blogposts, weil die Leute, die ihm einfach nicht sagen, hey, du darfst nicht sagen, dass du ein Bot bist, sondern entschuldige dich auf keinen Fall. Dann natürlich, es soll immer damit beginnen, es soll keine Aufzählungen haben, keine Anführungszeichen, entschuldige dich niemals, auch das kommt ja immer Entschuldigung, da kann ich jetzt nicht gut helfen oder sowas. Du darfst auf keinen Fall irgendwelche Uhrzeiten erfinden. Es gibt eine Zeiterfassung, es sollen unsere Uhrzeiten natürlich gelten, weil das System erfindet alles. Wenn ich dem eine wissenschaftliche Arbeit schreiben lasse, dann erfindet der Bot die zitierten Papers und er erfindet einfach alles, weil er einfach nur statistische Wörter macht, wie sowas typischerweise aussieht. Er weiß ja nichts. Und wenn ich jetzt hier ihm das so sage, was er eben nicht machen soll, dann hält er sich typischerweise da dran. Und er findet halt einfach keine Uhrzeiten, sondern lässt das Thema zum Beispiel einfach weg. Danach sage ich jetzt die Rolle User, der Start der Diskussion. Das ist jetzt meine, über die API quasi, wie ich mit ihm spreche. Und jetzt sage ich nochmal, dass für mich, generiere mir den Beschreibungstext, den Datensatz im Nominalstil, hier zuerst die Metainformationen und dann sage ich, die übergeordnete Aufgabe ist da, die durchgeführte Aufgabe ist da, die Bezeichnung und so weiter. Also so kommen dann die ganzen einzelnen Sachen zusammen. Und jetzt sage ich ihm einfach kurz einen Satz, einfach kurz prägnant, wie soll ich die Ausgabe gestalten? Soll mir nicht viel schwafeln oder sowas, also was machen? Und dann sage ich ihm den nächsten Teil meiner Frage. Ich habe eigentlich meine Frage aufgespielt in mehrere. Bitte verbessere diesen Textschnipps und seinen ausformulierten prägnanten Beschreibungstext, damit für den Kunden, damit er die Arbeit besser verstehen kann und so weiter. Stelle keine Rückfragen und dann gebe ich ihm den Text drüber. Oder wenn ich gar keinen Text habe, erstelle ein verständlich Beschreibungstext und so weiter. Und wenn man das jetzt einfach mal durch diese Preisliste, dieser Tokenberechner ist auf der Seite drauf von ChatGPT, kann man das reinladen. Ich habe den Text reingeladen. Das sind bereits über 700 Tokens. Klar, wenn ich die US-Silben schaue, das ist einfach ein langer Text. Aber diesen Text brauche ich, damit ich da ein gutes Ergebnis bekomme. Und wenn ich jetzt noch drei Antworten bekomme, die dann auch vielleicht ein Drittel davon sind, dann bin ich halt sofort bei über 1000 Tokens. Also das ist tatsächlich deswegen mein nächster Hinweis, wenn ich so etwas mache, 1000 Tokens, dann sage ich eine Interaktion sofort. Und wenn ich dem jetzt mehr Informationen gebe, ist es auch sehr viel schnell sehr viel teurer damit. Also das ist das Thema Prompt Engineering. Ich habe jetzt in diesem Vortrag, in diesem Jahr, wo es zum Beispiel geht es um eigene GPTs zu bauen, da muss ich ja nicht mehr programmieren, da macht das alles das System. Da geht es nur um das Thema Prompt Engineering. Also da kann man sich sehr viel mit beschäftigen. Ist ja auch das halbe Internet voll mit G-Chats, was gute Prompt sind und so. Das ist einfach da drum, weil die Systeme noch so enorm dumm sind. Weil man denen einfach das alles noch so detailliert erklären muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. So muss dann einfach bedient werden, so wie andere Maschinen auch bedient werden müssen. Brauche ich auch Fachwissen für. In ein paar Jahren bin ich überzeugt, werden die das einfach selber viel besser verstehen, was jetzt der Kontext ist und einfach daraus, dass man nicht mehr so viel ihm als Briefing mitgeben muss. Aber im Moment einfach brauche ich das, damit aus diesem Wahrscheinlichkeitsgenerator ein gutes Ergebnis mit rauskommt. Gut und damit bin ich jetzt schon auf der letzten Folie und möchte noch mal ein paar Gedanken mitgeben. Wir haben hier gerade ein paar Zielkonflikte. Der erste Zielkonflikt ist die Nachhaltigkeit. Wir schreiben uns auf die Fahne, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein, haben schon sehr lange nur 100% Ökostrom, haben jetzt einen Speicher im Keller stehen, wollen also Energie sparen. Und dann setzen wir auf einmal KI ein. Eine Google-Suchanfrage, wenn man schaut, wie schnell die kommt, das ist ja immer 0,01 Sekunden oder sowas, egal, wenn ich auch mir irgendeine Anfrage ausdenke an Google, die noch nie gestellt wurde, die kommt immer sofort und sind sinnvolle Ergebnisse da. Und wenn ich so etwas an eine KI schicke, dann kommt das halt einfach erst nach 20, 30 Sekunden. Und so lange rechnet der auch einfach. So lange verbraucht der Strom. Und bei Google mache ich eine Datenbankabfrage, eigentlich eine absolut optimierte Datenbank. Und bei der KI, da schicke ich was durch ein simuliertes Gehirn mit Millionen, mit Milliarden inzwischen schon Neuronen, die da drin sind, die einfach alle simuliert werden müssen. Und dann vielleicht noch, wenn ich was Individuelles habe, genau für mein Modell. Also das ist einfach systembedingt sehr, sehr viel aufwendiger. Und wenn ich jetzt einfach eine Datenbank wie Google abfrage, habe ich ungefähr, sage ich mal, 0,01 Kilowattstunden. Ne, das habe ich bei der KI und bei Google 0,0003 Kilowattstunden. Also da ist im optimalen Fall der Faktor 15 dazwischen, bei langen Antworten auch viel, viel mehr, wenn die viel mehr machen muss. Also das muss man sich dann tatsächlich überlegen, wenn mein Unternehmen nachhaltig ist oder jetzt, wenn ich größer bin und ESG-Richtlinien ähnliches einhalten will oder es im Marketing nutzen will oder für meine Mitarbeiter und sagen, hey, wir nehmen das ernst, dann muss man sich wirklich fragen, wie gut für die Umwelt ist das Thema KI-Einsatz. Kommt mir in den Diskussionen meiner Meinung nach viel zu kurz. Das Zweite ist natürlich, diese Energie kostet einfach Geld, Strom ist nicht kostenlos. Gerade hier in Deutschland sehen wir das, was wir da für ein Problem haben. Ich meine, die Rechenzentren stehen in der Regel da, wo der Strom sehr billig ist. aber auf jeden Fall, auch da brauchen sie einfach sowohl Rechenzeit auf diesen teuren Grafikkarten von Nvidia. Deswegen geht die Nvidia-Aktie seit einem Jahr nur so durch die Decke. Hat sich was verzehnfacht oder sowas in der Zeit, aber auf jeden Fall, wer da investiert war, hat hervorragende Renditen eingefahren, weil die natürlich, ja, ist das limitierende Faktor und die verbrauchen enorm viel Strom. Jeder, der einen Gaming-PC hat, der weiß, dass die Grafikkarte einfach 6, 7, 800 Watt braucht. Und wenn die dann einfach lange Zeit damit rechnet, das ist einfach mit Kosten verbunden. Und deswegen kosten die APIs halt auch einfach viel Geld. Und da ist die Faustregel, die mehr Rechenzeit ich brauche, umso bessere Ergebnisse bekomme ich, aber umso höhere Kosten sind auch. Und daher muss man wirklich überlegen, welches Modell nehme ich, wie viele Daten gebe ich der KI, dass ich dann auch einfach wirklich die Kosten spare. Weil wenn ich immer nur das beste Modell nehme und die alles Mögliche machen lasse, dann kann ich tatsächlich, wenn ich da im Sekundenbereich 10 Cent ausgebe, halt auch wirklich mal, ja, den Stundensatz von Mitarbeitern genauso bekommen. Und dann ist die KI einfach dümmer als jeder Mensch. Und dann ist wirklich die Frage, habe ich da wirklich Vorteile von? Im Moment ist da aber Milliarden an Investorengeldern drin in den Systemen. Das sind mit Sicherheit noch keine deckenden Kosten. Jetzt werden Claims abgesteckt, die Marktanteile werden gesichert. und dann irgendwann wird man, ja, zeitgemäße Kosten haben. Man sieht ja, wie viel Gewinne Nvidia macht und diese Gewinne, die Nvidia macht, müssten ja irgendwie die Umsätze von OpenAI und ähnlichen Unternehmen sein, was sie aber noch nicht sind, sondern da hat Microsoft so viele Milliarden reingesteckt. Andere stecken Milliarden rein. Die zahlen das gerade alles. Irgendwann, jeder, der jetzt in der Cloud ist, bei Microsoft, bei AWS ähnliches oder Microsoft 365 hat, der sieht ja gerade, was ich da für Kostensteigerungen habe. Mal eben 30% Preiserhöhung in einem Jahr oder sowas. Wenn erstmal die KI integriert ist, werde ich diese Kosten auch in meinem Unternehmen haben. Weil klassischer Login-Effekt. Dann, ich habe vorhin schon mal angesprochen, DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, ist ein riesiges Problem. Erstmal in der API und bei eigenen GPTs, da kann man das Häkchen reinsetzen oder die Option setzen, dass die vom Training ausgeschlossen werden können, die Daten. Man muss erst mal fragen, passiert das wirklich? Man sieht ja immer wieder, dass es irgendwie Datenlecks gibt und dann waren ab einmal doch Daten drin, die nicht in der Datenschutzvereinbarung standen, dass die gespeichert werden, dass es gespeichert wurde. Ist die Frage an amerikanischer Konzern, der halt vielleicht auch von Geheimdiensten oder vom Gesetzgeber gezwungen wird, dass er Daten ihrer Nutzer speichert. Und das Nächste ist natürlich, es muss trotzdem mehr verarbeitet werden. Also auch hier werden Daten in einem IT-System, in einem extrem komplexen IT-System, wo die Verarbeitung oft sogar nicht nachvollzogen werden kann, auch für Fachleute nicht, werden sie verarbeitet. Also das muss man beachten, wie man umgeht. Aus dem Grund leider gibt es keine europäische KI, die irgendwas taugt oder sowas, weil ich kann die gar nicht so trainieren und so betreiben, wie halt einfach in einem Land, wo es einfach diese Rechtsrahmen nicht gibt. Ich möchte nicht sagen, dass die schlecht sind, die Rechtsrahmen, weil natürlich die informationelle Selbstbestimmung ist ein sehr wichtiges Grundrecht und ein sehr wichtiges Gut, also noch kein Grundrecht, aber es ist auf den gleichen Status und Bundesverfassungsgericht gehoben. Also hier auf jeden Fall muss man sich wirklich betrachten und das mit dem internen Datenschutzbeauftragten und externen, einfach diskutieren, wie können wir die KI nutzen und dann klare Richtlinien an den Mitarbeitenden geben, das dürft ihr mit der KI machen, da könnt ihr sie einsetzen, da dürft ihr sie nicht einsetzen. Es ist ein ungelöstes Problem und man wird auch keine perfekte Lösung finden, weil zum Beispiel ein paar Landesdatenschutzbeauftragten sagen, ich darf Microsoft 365, also Outlook Online nicht nutzen, andere Landesdatenschutzbeauftragten sagen, ich darf es nutzen. Also Fachleute sind es ja nicht einig und genauso ist es halt auch mit der KI. Nur auf jeden Fall vorsichtig sein, sie müssen sich Gedanken darüber machen können und wenn irgendwas passiert, dann auf jeden Fall nachweisen können, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Antwortzeit betrachten, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, wenn ich wirklich komplexe Anfragen an den umfangreichsten GPT-4-Modell schicke, dann kann es wirklich mal eine Minute oder länger dauern, bis die Antwort kommt. Deswegen immer abwägen, kann ich das schnellere Modell nutzen und es ist viel billiger, verbraucht weniger Strom, kann ich die Antwort vielleicht einkürzen. Ansonsten die Anwendung und das Modell im Workflow so gestalten, dass die Antwort auch einfach seine Zeit hat, dass also jetzt nicht irgendwie die Anwendung oder Benutzer für eine Minute blockiert ist, in der das Modell arbeitet, weil dann darf ich zu den 12 Cent, die das GPT-4 kostet, hat vielleicht noch die eine Minute, die dann vielleicht 1 Euro kostet oder sowas, wo Mitarbeiter einen planen, dann kostet auf einmal 1,12 Euro anstatt 12 Cent. Also das sind auch wirklich Kosten und Frustrationen, wenn ich auf die Systeme warten muss. Also das immer machen und technisch gesehen ist Async das Stichwort, dass ich dann eben einfach nicht blockierend mit der API spreche. Und das Allerwichtigste, das kann man nicht oft genug sagen, ich habe es auch ganz oft in dem Vortrag wiederholt, ein Sprachmodell denkt nicht logisch, sondern es generiert einfach Sprache. Es prappelt vor sich hin und nachdem die Algorithmen sehr gut sind und das neuronalen Netzwerk sehr gut vertratet ist, hört sich das meistens sehr gut an. Aber man kann die immer wieder auch mit Eingaben bringen, wo einfach nichts Sinnvolles dabei rauskommt. Und es gibt andere Systeme, die halt einfach eine echte Simulation machen, die die Eingabe in ein mathematisches Modell umwandeln. Zum Beispiel an der Uni haben wir mit Wolfram Mathematiker viel gearbeitet, das ist jetzt unter wolfram.com oder wo auch immer auf jeden Fall, das gibt es auch online und es verarbeitet auch den Text, aber tut es immer in eine mathematische Formel umwandeln und gibt ein exaktes Ergebnis raus. Und das Sprachmodell eben nicht, es errät immer. Und das müssen Sie sich wirklich im Kopf behalten, was auch immer Sie machen mit KI-Systemen, mit Machine Learning, da kriegen Sie einfach ein gutes statistisches Modell, das einfach Vorhersagen macht, was bei dem Input jetzt der erwartete Output einfach wäre. Man sieht ja schon in den ganzen Texten, dass gute Ergebnisse dabei rauskommen, aber man darf nicht drauf verlassen, wenn ich zum Beispiel meinen Vertrag oder so etwas damit analysieren lasse. Meistens ist es sehr gut, aber manchmal in wenigen Fällen kommt auch absolut der Schmarrn raus. Daran arbeiten die Forscher, dass es in Zukunft immer weniger wird, aber es ist etwas Systembedingtes. Solange ich halt einfach für unsere komplexe Welt kein Simulationsmodell habe, was sie exakte simulieren kann und bei Sprache, was soll da exakt sein. Ich meine, wenn verschiedene Sachen, Leute Sachen diskutieren, dann gibt es auch immer verschiedene Senkweiten oder Sichtweisen auf bestimmte Probleme. Deswegen im Hinterkopfverhalten nicht sich absolut abhängig machen davon, aber als Unterstützung für Mitarbeitende ist, glaube ich, ein leistungsstärkes Werkzeug. Dadurch, dass es quasi das gesamte Wissen der Welt irgendwie schon mit drin verarbeitet hat, kann man einfach ja zu einem geringen Preis ein Top-Mitarbeiterassistenten seinen Mitarbeitenden an den Hand geben, zur Seite stellen und dafür sollte man es nutzen. Und die Anbindung per API macht es einfach automatisch, dass ich dann nicht mit der Systeme über Chat kommunizieren kann, sondern aber in meine Systeme einbauen kann und ich kriege einfach eine perfekte Unterstützungsantwort einfach mit auf dem Bildschirm, ohne dass der Mitarbeiter dann viel dafür tun muss oder irgendwas dafür eintippen muss. Das ist so eine gute Digitalisierung von Prozessen. Und damit wäre ich am Ende von dem Vortrag. Ich hoffe, es war interessant. Fragen gerne in die Kommentare rein unter dem Video oder mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie entweder selber in Ihre Prozesse zum Beispiel eine KI eingebunden haben möchten. Das ist etwas, was wir gerade sehr, sehr oft machen. Dass wir einen Workshop machen, wo könnte man es gut machen, welche Ergebnisse sind zu erwarten und es dann einfach als Prototyp umsetzen und dann in den Produktivbetrieb reinbringen oder aber einfach auch, sage ich mal, Wissen über KI selber. Da kommt sogar ich selber persönlich dann sehr viel zum Einsatz in diesen Workshops, dass man einfach da drinne schaut, dieses Wissen in die Unternehmen, in den Mittelstand reinbekommt, wo es jetzt noch nicht drinne ist. Das war's. Ja, toll, wenn Sie bis jetzt noch dabei waren. Auf jeden Fall, ich freue mich, Sie dann vielleicht kennenzulernen irgendwann mal persönlich. Bis dahin, auf Wiederschauen. Wir sind jetzt eine große zusätzliche Ahnung. Haben Sie, eine schaste K Trent phones ... Was aberарmas ... ... ... ...